Willkommen zum zweiten Video der Videoreihe Professionelles Social Media Marketing für Unternehmen. Mein Name ist Philipp Neurauter, Ihr Digital Expert bei businessfragen.com. Heute lernen Sie, wie Sie anhand von Personas und anhand welcher Kriterien Sie Ihre Zielgruppe genau bestimmen können. Social Media Marketing ohne davor die Zielgruppe bestimmt zu haben, wird Ihnen keinen Erfolg liefern. Egal welche Marketingstrategien Sie einsetzen, eine genaue Zielgruppenbestimmung spart Ihnen viele Kosten und führt vor allem zu dem gewünschten Erfolg. Bestimmen Sie für Ihre Zielgruppen passende Personas. Personas sind Personen, die Ihre Zielgruppe in Ihrer Zielgruppe vorkommen. Personas sollten durch verschiedene Merkmale bestimmt werden. Zum Beispiel, ein Merkmal wäre das Alter, der Kaufwille und verschiedene Bedürfnisse, die finanzielle Lage, das Geschlecht und so weiter. Um Personas genau definieren zu können, sollten Sie sich in den Käufer, in den Kunden hineinversetzen. Wieso benötigt der Kunde das Produkt? Warum kauft er das Produkt? Wie verwendet er das Produkt? Um die Zielgruppe und vor allem die Personas genau bestimmen zu können, können Sie wieder auf Analysen und Auswertungen der Social Media Kanäle zugreifen. Des Weiteren kann man auch auf bereits vorhandene Kundendaten zurückgreifen. Merkmale wären zum Beispiel nochmal der Name, zum Beispiel Max Mustermann, die demografischen Daten, seit zwei Jahren Inhaber eines Hotels, zwei Kinder verheiratet. Kaufhintergrund möchte mit Social Media mehr Gäste für sein Hotel gewinnen. Der Lebensstil, erfolgsgetrieben, ehrgeizig und so weiter. Weitere Merkmale können zum Beispiel auch der Wohnort, das Einkommen, Wissensstand, welche Social Medias nutzt die Person, Hobbys und viel mehr sein. Sie merken, so lassen sich relativ schnell Personas bestimmen, die ihre Zielgruppe widerspiegelt. Pro Zielgruppe können natürlich auch mehrere Personas definiert werden. So und nun sind wir auch am Ende dieses Videos angelangt. Nochmal kurz zusammengefasst, bevor man eine Social Media Strategie durchführt, sollte man als allererst eine Zielgruppe bestimmt haben. Haben Sie noch Fragen über Social Media Marketing oder sonstiges, bitte hinterlassen Sie uns einen Kommentar in der Kommentarsektion oder schreiben Sie mir eine private Mail unter philipp.atbusinessfragenbuch.com. Ich freue mich auf Ihre Nachricht. Vielen Dank.